Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es mal wieder um Schleim. Und zwar diesen Glitzerschleim hier, den ich gemacht hatte, ist jetzt total klebrig. Mal gucken, ob es sich ändert, wenn ich da draußen Wolkenschleim mache. Dann ein Versuch ist es wert. Okay, ein bisschen klebrig ist er noch, aber ich habe ihn ja noch nicht fertig. Nur übersteuere Vorkugeln. Immer noch. Zu klebrig. Und kalt, irgendwie. Okay, dann hole ich jetzt mal kurz noch ein paar Stauere Vorkugeln. Weil ich glaube, bis der endlich mal wieder normal wird, braucht man sehr viel Stauere Vorkugeln. Seht ihr, wie klebrig er ist? Okay. 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 jetzt sieht es aus wie stockbrot auf jeden fall funktioniert im prinzip ein das ist schon normal ist es so nicht ok er ist nicht mehr so klebrig das kann man jetzt schon sagen aber da fehlt immer noch starke porkugeln und zwar sehr sehr viele hier oben wo ich die ganze zeit rein dunkel ist überhaupt nicht mehr klebrig hier bin ich wieder und hier ist der fertige schleim der glitzert so schön muss man echt sagen ok wenn euch das video gefallen hat dann schreibt es mir in die kommentare und gibt mir einen daumen hoch ciao 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 ciao